Hallo zusammen, Salve Atuti. In diesem Clip geht es um Skold. Bei meiner letzten Analyse, das war so um den 19. September rum, war ich nach wie vor recht positiv für Skold. Und dann habe ich echt hier eins auf die Nase bekommen. Also das habe ich völlig falsch gesehen. Das muss ich einfach einräumen. War halt so. Das kann nicht immer gut gehen. Das ist der Monatschart. Und vom Monat her, mal erstmal auf die Technik geschaut, ist das hier alles noch im Fallen begriffen. Er hat also richtig eins auf die Nase bekommen. Wir sind jetzt hier, das ist eine 3,5 Jahresrange. Und wir sind seit 3,5 Jahren in dieser Range zwischen 1619 und 2060. Und ich war der Meinung, und noch gebe ich es nicht ganz auf, dass wir die nach oben auflösen. Wie dem auch sei, wir handeln um, ich hole es mal ein bisschen näher ran. Wir sind auf die 20-Monats-Linie gefallen. Das ist diese hier bei 1.800, wo sie jetzt genau 50 und waren sogar schon ein bisschen drunter. Dass das im Moment ein Hammer ist, nehme ich noch nicht so ernst. Wir haben ja noch 20 Tage in dem Monat. Gehen wir mal auf die Woche. Die Woche. Gilt schon als überverkauft. Fängt an, sich leicht zu stabilisieren über das MACD. Hat die 200-Wochen-Linie berührt. Also wirklich fast auf den Punkt. Wenn man mal schaut, mit dem das letzte Mal Kontakt hier am 7.11.2022. So, hier ist der Bruch. Hier sieht man ihn schon ziemlich deutlich. Den wir hatten unter der 1.870. Von der Technik her, auf Wochensicht, wie gesagt, kleine Stabilisierung hier über das MACD. Definitiv noch kein Kaufsignal. Aber halt gilt als überverkauft. Letztes Mal einen Tag, das würde die meisten Leute interessieren. Ich habe mal im letzten Film, da habe ich noch nicht mal Putt genannt. Und das stand für mich überhaupt nicht zur Diskussion, dass wir hier unter die 1.884, das war das Low hier vom 17.8., dass wir da drunter gehen können. Drauf? Ja. Drunter? Nein. Aber fangen wir mal langsam an. Dieser Trend wird jetzt immer wichtiger. Den haben wir also auch hier am 20.09. Haben wir den auch nochmal gesehen, überboten und hauen dann hier sein Inverted Umbrella Doji rein. Ich mache es noch ein bisschen größer. Aber dass er dann hier runter geht, das habe ich nicht gesehen. Das betraf das Gold, das Silber, Platin, Palladium. Das betraf alle von diesen Precious Metals, so wie ich es ihn nenne. Von der Technik her, fangen wir an, uns hier zu stabilisieren. Gold wird seit drei Tagen, seitdem wir da einen neuen Krisenherd haben, hat wieder so deinen Bonus als Kriseninvestitionsgeschichte. Das hat es und das nutzt es im Moment ein bisschen aus. Diese blaue Linie hier ist das 61er Retracement von der ganz langen Bewegung, eben hat man es im Monat sehen können, hier vom 2.11.2022. Das haben wir also noch nicht ganz gesehen. Aber dieser Bereich hier, hier hinten zwischen 1800 und 1815, gilt schon als ganz gute Unterstützung. Nochmal, ich hätte es nicht gesehen. Rein vom Chart her lag das auf dem Tisch, dass wenn wir hier die 1.878 unterbieten, dass es da ein bisschen fallen kann, aber dass es dann so schnell geht. Ich dachte, ich hatte ihn noch nicht mal Putt genannt, ich hatte einen 1800, ich glaube 21er Call genannt, also Turbo Call und einen 1870er. Ich hatte den 1870er, so schnell konnte ich gar nicht gucken, wie der hier ausgestoppt wurde. Mir passiert das, also nicht gestoppt, sondern genockt. Mir passiert das nicht so oft, das ist vielleicht zwei, dreimal im Jahr, dass ich wirklich genockt werde. Und ich habe mir den Film nochmal angehört, ich bin das Risiko auch komplett eingehabt, habe das auch gesagt, Stop ist Knock. Ja, und dann wurde ich also relativ schnell genockt, war nicht so schön. Das darf dann nicht wehtun, also bei mir vom Depot her macht das dann nicht so viel aus, aber es kratzt natürlich am Stolz, überhaupt keine Frage, aber da muss man durch, das kann passieren. Doof gelaufen, vom Chart her, wie gesagt, dieser ganze Bereich bis hier runter bis zu 1790 rum, ist schon eine Unterstützung. Die Bänder sind aufgegangen und das Obere der Bewegung entgegengesetzte ändert schon die Richtung. Vor diesem Hintergrund glaube ich schon, dass wir irgendwo hier unten halten werden. Ich gebe diesen Trend auch noch nicht auf. Der liegt jetzt momentan bei 1921. Von unten her kommend ist jetzt der Widerstand, der alte Support, um die 1884. Und dort liegt jetzt auch die 20-Tage-Linie. Das können Sie als Korrektur für diese Down-Bewegung, kann Sie das machen, das Gold. Das ist überhaupt kein Problem. Wir haben eine schöne Stabilisierung über das MACD und wir haben ein leichtes Kaufsignal über die Stochastik. Ich halte mich ein bisschen aus dem Gold raus, ganz einfach. Ich halte mich aber auch bei den Aktien momentan raus. Ich kann das überhaupt nicht einschätzen. Ich habe versucht, die Zeit des Acht-Tages-Krieges nochmal hochzuholen. Das war so 1967. Aber ich finde da keine verlässlichen Kurse. Also deswegen, ich muss jetzt erst noch warten, was da unten passiert. Allerdings fällt es mir schwer zu glauben, dass da innerhalb der nächsten, was weiß ich, ein oder zwei Wochen irgendwelche wilden Friedensgespräche anfangen. Das glaube ich einfach nicht. Das ist eine Geschichte, das wird uns auch länger beschäftigen. Davon gehe ich aus. Aber deswegen möchte ich jetzt einfach mal hier ein paar Tage warten. Ich werde nichts machen im Gold. Ich habe euch hier drei Scheine rausgesucht. Der eine ist ein 17,25er. Da liegen wir hier außerhalb des Charts, hier unten irgendwo. Hat nach jetzigem Stand, wir haben Mittwochmorgen, es ist 4.37 Uhr, ein Hebel von 14. Ja, das kann man machen, wenn man der Meinung ist, dass das hier weiter hält. Ich glaube das also auch. Ich glaube nicht, dass wir jetzt hier noch eine Etage tiefer gehen. Ich gehe davon aus, dass wir hier zwischen diesem Tief um die 1.813 und diesem Widerstand, ein bisschen drüber, 1.890, 95, jetzt erstmal hin und her spielen. Das wäre ein 17,25er. Wer es ein bisschen heiser mag, das ist ein 1.760er. Der hat jetzt im Moment einen Hebel von 18. Da sind wir hier, liegt also auch unter diesem wichtigen Support hier. Wenn man die nimmt, weil vielleicht der Markt nochmal hier ein bisschen runter geht, müssen die aber auf jeden Fall unter der 1.790 gestoppt werden. Weil dann macht es hier unten nochmal ein Türchen auf. Das ist hier das letzte, das 61er Retracement. Dann muss ich auch davon ausgehen, dass wir so eine 1.710, 15 Mal sehen können. Ich habe ein Putt genannt. Habe ich gelernt aus dem letzten Mal, wo ich gesagt habe, ich nenne gar keine Putts. Für mich war das unmöglich, diese Bewegung hier. Ich habe das schlicht nicht gesehen. Das sind 1.960er. Damit liegen wir über diesen Highs von hier September und Ende September. Anfang und Ende September. 1.960. Etwas unterhalb des oberen Bandes. Im Moment ein Hebel von 18,5. Also nochmal, ich halte mich grundsätzlich jetzt erstmal raus. Ich sehe vor dem Hintergrund von diesen Indikatoren hier und da und im MRCD und Storastik eine Bewegung in dem Bereich an die 1.895. Vielleicht dann nochmal die 1.900. Der wirkliche Knackpunkt nach oben wird dieser Trend sein, also als Alarmgeber, als Trigger. Und dann halt wirklich besser erst über der 1.952. Das müssen wir mal schauen. Aber im Moment, ich halte erstmal den Ball flach. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.